Bevor das Video losgeht, würde es mich mega gefreut, wenn ihr neben dem Abonnieren-Button, den ihr hoffentlich schon gedrückt habt, einfach auf dieses Glockensymbol klickt und dann einfach auf Bestätigen klickt, damit ihr in Zukunft diesen Content, der gleich kommt, nicht verpasst. Würde mich mega gefreuen, müsst ihr nicht machen, außer es hat viel Spaß beim Video, war in einem Haufen Arbeit und ach, ich kann nicht mehr, es ist nachts. Penis. Seid ihr bereit für Roboterkämpfe auf dem höchsten Niveau? Ultimative Kämpfe Easy, easy ausgewichen hier, oh mein Gott. Alter, ich habe mega den Bug gerade gehabt. Individuelle Kampftechniken Ey, ich will, wenn ich das noch gewinne, bist du die schlechteste Spielerin. Oh mein Gott. Geh, willst du mich verarschen? Raus! Easy win, Alter. Sie gewinnt das einfach. Alter, irgendwie sieht der Typ so richtig bad aus, aus, am Hintergrund dieses Ding, was explodiert und dann, oh mein Gott, Alter. I am the one, don't wait, your time don't need a gun. Hallo und herzlich willkommen zu den Leuten wieder auf meinem Kanal und heute seht ihr im Hintergrund ein 1 gegen 1 gegen Darlene, beziehungsweise Twizy oder wie auch immer sie in-game heißt. Und ja, mehr gibt es auch nicht zu sagen, folgt mir auf Instagram und ich hoffe, euch gefällt das Video wieder. Und ja, Facecam kommt, ich wollte nur noch ein Facecam-Clown irgendwo, weil ich habe nämlich keinen, ich wusste jetzt, also hätte nie gedacht, dass ihr zwei nur fucking 50 Likes schafft. Kommt aber noch, ich schwöre meinen, äh, keine Ahnung, Red Bull darauf. Und Red Bull ist besser als Effekt. Neee, aber es, wieso kenne ich eigentlich keinen Mädel, was zockt in real life, jetzt mal ohne Spaß? Ja, nicht mehr. Hä, wieso kennst du keinen, das ist ja noch eher viel gehalten. Was los, hast du mal einen Quickscope getroffen? Ja, ich weiß noch, als wir mal Public gespielt haben und du, also mitten hast du nichts mehr einen Quickscope getroffen, hast du so richtig ausgerastet bist deswegen. Ey, so kann ich doch nicht aufnehmen, Mann, ich habe keinen Aim mehr. Also alles beim Alten oder was? If I die, everything die, make me white. Idan? Ja? Alter Maul. Eva, warum lädt das so lange, Mann? So, Leute, heute zerstören wir Darlene im Sniper bei 1 gegen 1. Ey, guck mal, ich sag ja, bei der Aufnahme ist mein Aim wieder on. Ich wollte gerade sagen, Alter, eben hast du wieder verloren, ja und jetzt? Ich habe halt aufgenommen, aber das schneide ich einfach raus. Ey, ich schwöre, mein Aim ist, oh, mein Aim ist so perfekt, oh mein Gott. Bitte gleich, bitte gleich. Für die Leute, die meinen Stream manchmal auch gucken, weil ich stream ja richtig heftig regelmäßig, also das ist so übertrieben, oder Darlene? Ey, warum machst du so ein gutes Aim, aber das ist richtig eklig, dachte ich zerstöre dich jetzt, oh? Ich habe heute gute Laune, dann kann ich auch mal wieder gut zocken. Ey, was snipest du denn, Alter? Ich zerstöre dich doch mit Sniper, ist das so dumm, ne? Alter, das kann doch nicht sein. Heck. Jo, 3 war schon mal gut. Ball. Lange, lange Zeit. Das war eine richtig schöne tiefe Stunde. Kann man so richtig schön in die Hände so. Ich kann das halt nicht mal nachmachen, weil deine tiefe Stunde ist wie meine hohe. So, jetzt geht's los. Loll, du führst, das habe ich gar nicht mitbekommen, nene, nene. Puts. Jetzt geht's hier, also jetzt, 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 jetzt drehe ich auf, Darlene. Buh, ey, du ekliche. Ihr Kind! Er schlugte dir den Gas. Ja, du hast mich nur halt so ein bisschen am Fußnagel getroffen, weißt du? Ja, genau. Häh! Du hast doch ein schlechtes Aim, Darlene. Oh Gott. Alter, du versteckst dich die ganze Zeit. Puts. Everything is wrong. You make it white. Ey, doch, doch auf den Brief feiern, was soll das? Geht halt noch ein bisschen weniger. Idee! Ey, fuck, Alter, jetzt verliere ich. Alleinsatzkräfte, bitte zu uns los. Ne. Puh. Äh! Alter, ich trau mich nicht. Äh, du hast mich erschrocken. Scheiße. Wie er da liegt, Alter. Ich lieg da halt noch zufolge chillt. Ja. Äh. Oh mein Gott, nee, 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 nee. Oh mein Gott, nein. Puts. 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 Jetzt hör bitte auf hier zu rumhardscopen, ja. Ich hab gar keinen Bock. Ja, genau, das soll ich sehen. Teig. Gar kein Problem hier. Was für ein Schwachsinn das war. Das war nicht Schwachsinn, das war too easy. Absolut unreal. Ey, du Prefire- Pfffffff- Snitch. Plötze bitte, ja. Ich wollte da gerade echt irgendwie so ein... Oh. Easy zwei Wallbanks. Ey, das ist so... Du gehst immer... Oh mein Gott, nein. Alter, hab ich ja Panik gehabt in diesem Moment. Oh shit. Okay. Ja, von wo denn? Mann, irgendwann heulisch wegen dir. Weißt du das eigentlich? Oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh. Oh nein. Die Krieger, das geht nicht. Du sollst so nur mit Sniper spielen. Ich hab's für Angst gehabt. Die dann, wag dich. Was? Sogum mit Sturm? Oh mein Gott. Ja, der war so drauf. Oh mein Gott. Das ist gar kein Problem für mich gewesen. Das war so ein Schwachsinn. Hättest du den Pistelschuss nicht gemacht, wär's down gewesen. Du Arschloch. Nein, stimmt gar nicht. Na klar. Nein, stimmt gar nicht. Puh. Ey, der Lean, kannst du doch nicht Katja Krasowitsch nachmachen? Du mein Süßen, abonnierst viel kraft für ein besseres Leben. Er ist auch so ein Ohr. Nein. Okay, schneide ich mein Ohr an. Nya, nya, nya. Nya, 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 nya. So Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Es hat auf jeden Fall mega, mega viel Arbeit benötigt. Dieses Video glaubt mir, das hat echt ein bisschen länger gedauert als geplant eigentlich. Und ansonsten bleibt fresh, stay awesome und rote rein. Wir sehen uns beim nächsten Video. Peace. Ach und übrigens, den 322. Follower auf Instagram schicke ich keinen Red Bull nach Hause. Viel Glück. Ich glaube, wieder viel zu viel Scheiße.